Retusche Grundlagen in Affinity Photo Nun möchte ich herzeigen, wie man in Affinity Photo retuschiert. Also grundsätzliche Bearbeitungstechniken, um Pixel in einem Bild zu korrigieren. Denn Retusche ist im Wesentlichen nichts anderes, als irgendwo Pixel zu verändern, Pixel anzupassen. Und wie man das macht, zeige ich jetzt einmal her. Ja, prinzipiell, noch bevor ich jetzt quasi Richtung Affinity Photo gehe, wichtig für ein flexibles Arbeiten ist immer, dass man auf einer eigenen und neuen Ebene arbeitet. Denn damit kann man Bearbeitungen quasi nicht auf den Originalpixeln machen, sondern auf einer eigenen Ebene darüber. Hier kann man retuschieren, stempeln, was auch immer. Und wenn man draufkommt, etwas war zu viel, kann man diese Bearbeitung auch jederzeit wieder sehr, sehr einfach wegradieren zum Beispiel. Aber schauen wir uns das Ganze einfach einmal an. Also, ich starte einmal damit, dass ich hier im Ebenenbedienfeld eine neue leere Ebene erstelle. Hier steht jetzt einfach Pixel drauf. Und das ist einfach genau dieser Punkt, damit ich einfach nicht auf den Originalpixeln hier im unteren Bereich arbeiten muss. Okay, was kann ich da jetzt machen? Ich zume mal in dieses Bild ein bisschen ein, so in diesem Bereich hier, und möchte da jetzt kleine Fehlstellen korrigieren. Was gibt es da für Möglichkeiten? Eine Möglichkeit ist hier dieses Klon-Stempel-Werkzeug. Das ist so der klassische Stempel. Shortcut S. Und jetzt ist es einmal ganz, ganz wichtig, dass man hier im oberen Bereich gleich einmal schaut, wo man jetzt stempelt. Denn wenn ich da jetzt zu arbeiten beginne, dann sieht man einerseits einmal so einen Tooltip. Hey, du musst die Alt-Taste drücken, damit du eine Quelle definieren kannst. Ja, okay, dann nehme ich mal die Alt-Taste, Alt-Klick und stemple da drüber. Ja, was passiert jetzt aber? Durch das, dass ich jetzt nur die aktuelle Ebene aktiv habe, stemple ich jetzt transparente Pixel auf transparenten Pixel. Das macht natürlich relativ wenig Sinn. Und deshalb ist es ja sinnvoll, dass man einstellt, aktuelle Ebene, das ist diese, und die Ebenen darunter. So, wenn ich jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier aufnehme und da rüber stemple, dann sieht man, wie dieser Bereich jetzt 1 zu 1 da nach drüben gestempelt wird. Und da haben wir auch schon das Problem. Es wird, eben wie ich gesagt habe, ich nehme da den Alt-Klick und stemple das hier nach drüben. Es wird dieser Bereich jetzt 1 zu 1 da nach drüben gestempelt. Und das macht natürlich meistens eigentlich keinen Sinn. Denn dadurch habe ich einfach das Problem, dass ich jetzt diese Bearbeitungen jetzt nicht überblende und nichts damit wirklich sinnvoll einstellen und steuern kann. Aber das Schöne ist ja, wir haben da eine neue Ebene. Und jetzt kann ich diese Bearbeitungen, die ich hier vorgenommen habe, also diese hier und auch diese Bearbeitungen, wieder wegradieren zum Beispiel. Das heißt also, ich kann mir jetzt das Radiergummi-Werkzeug nehmen. Das findet man hier, Radierer. Und mit diesem Radierer kann ich jetzt diese Bereiche einfach wieder wegradieren. So, das heißt auf dieser Pixel-Ebene, auf dieser Retusche-Ebene, man kann hier übrigens einen Doppelklick reinmachen und das jetzt einfach einmal umändern auf Retusche, kann ich jetzt entsprechend arbeiten. Also, ich gehe jetzt mit S wieder zurück zum Stempel und jetzt schauen wir uns an, was man mit dem Stempel machen kann, wenn man damit arbeiten möchte. Okay, man sieht, ich habe hier im oberen Bereich verschiedene Einstellmöglichkeiten, nämlich die Breite, die Deckkraft, den Fluss und die Härte. Wenn ich da jetzt quasi die Größe vom Pinsel verändern möchte, kann ich hier die Breite verändern, indem ich entweder hierher klicke und den Regler verschiebe oder direkt auf den Namen, also auf Breite gehe und hier den Regler nach links und rechts bewege. Alternativ dazu, und das ist eigentlich die bessere Möglichkeit, hält man die Control- und Option-Taste gedrückt oder Alt-Rechte-Maus-Taste auf Windows und kann jetzt nach rechts und nach links die Breite anpassen. Und wenn ich jetzt rauf oder runter fahre, sieht man, dass ich die Härte anpassen kann. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil dann sehe ich gleich, wie groß das Ganze sein wird. Also Alt-Control, hier Mac und rechts und links ist die Größe, rauf und runter ist die Härte. So, wenn ich da jetzt auf mehr klicke, hier im hinteren Bereich, dann sieht man, dass es da jetzt noch verschiedene andere Einstellmöglichkeiten gibt. Das heißt, wenn ich da jetzt meinen Pinsel anpassen will, kann ich da jetzt noch verschiedene andere Einstellungen vornehmen. Wichtig in meinem Fall, weil ich auf einem Grafik-Tablett arbeite, ist, dass ich die Größenabweichung auf ohne stelle, hier einfach einmal nach 0, nach unten drehe, denn damit ist der Pinsel immer genau gleich groß. Das heißt also, wenn ich da jetzt mit gedrückter Alt-Taste den Bereich aufnehme oder Optionstaste und hier rüber stemple, dann ist der Pinsel immer eben genau die gleiche Größe. Jetzt sieht man, das ist noch immer nicht so ganz optimal. Also, Command-Z, ich mache das einmal rückgängig und nehme jetzt die Deckkraft runter. Auch hier wiederum einfach auf den Namen und nach links fahren und kann damit die Deckkraft runternehmen. Wenn ich auf der Tastatur 0 eingebe, habe ich 100% Deckkraft, 1 ist 10%, 3 ist 30%. Und ich gehe jetzt einmal auf 20% runter, hole mir von hier mit gedrückter Alt- bzw. Optionstaste die Quelle und kann da jetzt so Strich für Strich die Deckkraft bzw. die Stempelung vornehmen. Und wenn ich da jetzt noch zusätzlich einen weichen Bereich habe, Alt-Klick, kann ich da jetzt anfangen, dass ich diese Bereiche so ganz leicht überblende. Ich zeige das einmal hier am schwarzen Hintergrund. Das heißt, jeder Strich oder jeder Klick, den ich mache, nimmt da jetzt etwas mehr Haut mit, wenn man so will in diesem Fall, und stempelt das Ganze da jetzt nach drüben hin. Ja, so funktioniert das einmal prinzipiell. Aber man sieht, so richtig gute Ergebnisse bekomme ich mit dem Stempelwerkzeug nicht. Also Command-A, mit Command-A wird jetzt alles ausgewählt. Und jetzt kann ich mit der Löschen-Taste den Inhalt dieser Ebene löschen und danach mit Command-D bzw. hier Auswahl aufheben, diese Auswahl wieder weggeben. So, und jetzt schauen wir uns das an, wie man das vernünftiger machen kann. Und zwar gibt es hier jetzt das Reparaturpinselwerkzeug und kann auch da wiederum sagen, dass ich die aktuelle Ebene, die Ebene darunter aufnehmen möchte. Jetzt kann ich hier auch in die Einstellungen reingehen und überprüfen, ob hier diese Pinsel-Einstellungen quasi so sind, wie sie zuvor waren. Das passt soweit. Jetzt kann ich schließen. Ich kann die Deckkraft wieder auf 100% nach oben fahren. Und ich lasse das Ganze ausgerichtet. Und wenn ich da jetzt einen Alt-Klick von hier mache, oder den Option-Klick, und über diesen Bereich drüber fahre, dann sieht man, dass ich hier jetzt wirklich sehr, sehr schön und schnell quasi die Bereiche korrigieren kann. Das heißt, in diesem Fall Affinity Photo nimmt jetzt nicht nur 1 zu 1 die Pixel, wie es beim Stempel ist, sondern es ist wirklich so, dass auch die Helligkeitsinformation mitgenommen wird. Und ich kann da jetzt reingehen und sagen, okay, welchen Bereich möchte ich da jetzt mit welchem Pixelbereich korrigieren. Und damit kann ich natürlich wirklich sehr, sehr schöne Übergänge erstellen. Also einfach Alt-Klick, den Bereich definieren und dann über diese Stelle drüber malen, die man einfach korrigieren möchte. Also Alt-Klick hier, drüber malen. Dann kann ich mit gedrückter Leertaste die Position verändern, an anderer Stelle schauen, ob etwas zu korrigieren ist. Zum Beispiel hier und auch hier und kann so jetzt einfach diese Retusche Arbeiten vornehmen. Falls ich mich so in diesem Fall verdrückt habe, einfach zweimal mit Command-Z rückgängig oder so oft, wie man es eben braucht, Options- bzw. Alt-Taste und dann kann ich das entsprechend anpassen. So, Alt-Klick hier drüber, Alt-Klick hier. Wichtig ist nur, dass man eben von verschiedenen Bereichen quasi aufnimmt und diese Retusche dann möglichst gleichmäßig vornimmt. Wenn ich da jetzt dieses H entfernen möchte, das da reinsteht, genau das gleiche. Alt-Klick von hier und jetzt kann ich entlang dieses H nach oben fahren. Sagen wir mal bis dahin, das sollte so bei einer mal passen. Dann möchte ich da ein bisschen überblenden. Auch diese Bereiche hier ein wenig rausnehmen. Immer mit gedrückter Alt-Taste zuvor den Bereich auswählen, den ich quasi korrigieren will. Falls das nicht ganz optimal war, einfach Command-Z zweimal für rückgängig und dann nehme ich hier zu diesem Bereich und stemple das jetzt bzw. repariere das weg. Also hier aufpassen, das ist jetzt nicht das Stempel, sondern das Reparaturwerkzeug. So, ich lasse das jetzt einfach einmal so. Und damit man jetzt sieht, was man gemacht hat, kann ich jetzt entweder diese Ebene ein- und ausblenden für ein Vorher und Nachher. Oder ich blende die untere Ebene aus und sehe dann, wo ich hier gearbeitet habe. Das heißt, das sind jetzt diese Stellen, die ich jetzt auf dieser Retusche-Ebene korrigiert habe. Ja, und damit ist man natürlich sehr flexibel. Denn wenn ich jetzt draufkomme, okay, ich brauche hier wiederum irgendeine Stelle, dann kann ich jederzeit natürlich hergehen und sagen, ich möchte irgendeine Stelle wieder zurückmalen. Weil ich zum Beispiel dieses H aus welchem Grund auch immer quasi trotzdem sehen möchte. Dann kann ich mir da jetzt zum Beispiel das Retirium-Werkzeug nehmen. Und man sieht auch schon hier mit dieser Vorschau, wo jetzt eben, quasi wenn ich den Radiergummi jetzt anwende, was da jetzt zu sehen wäre. Und kann da jetzt anfangen und dieses H hier quasi rein radieren. Und de facto radiere ich da jetzt einfach nur diese Stelle wieder weg. Und das ist einfach das sehr, sehr Angenehme, wenn ich da jetzt mit einer eigenen Ebene arbeite. Okay, das wäre jetzt einmal quasi die Retusche. Was kann man jetzt noch sehr Angenehmes machen? Wenn ich jetzt Bereiche verändern möchte, zum Beispiel hier jetzt irgendwelche Formen oder auch von der Kappe Formen anpassen will, dann kann ich folgendes machen. Ich rechte mir einmal diese beiden Ebenen zu einer Ebene zusammen mittels Command-Alt-Shift-E bzw. Steuerung-Alt-Shift-E auf Windows. Das ist jetzt die gesamte Ebene. Und jetzt kann ich in Affinity von dieser Fotopersona in die Liquify-Persona wechseln. Und diese Liquify-Persona ist eben das Verflüssigen auf Deutsch. Und damit kann ich jetzt Bildbereiche sehr, sehr schön und gezielt anpassen. Man sieht jetzt im rechten Bereich, dass ich hier so ein Gitter habe. Und dieses Gitter kann ich jetzt in den Unterteilungen auch noch anpassen. Ich mache das jetzt ein wenig kleiner. Und ich kann jetzt auch noch sagen, wie deckend dieses Gitter sein soll. Falls ich es nicht sehen möchte, dann kann ich es auch jederzeit ausschalten. Ich schalte es also einmal aus. Und jetzt im linken Bereich habe ich verschiedene Werkzeuge. Und ein sehr wichtiges Werkzeug ist dieses Liquify-Vorwärts-Schieben-Werkzeug. Und im rechten Bereich habe ich da jetzt Einstellungen. Ich nehme einmal da das Tempo ein bisschen raus. Und mittels Control und Option kann ich wiederum die Größe anpassen. Und jetzt kann ich das ein wenig kleiner machen. Und kann da jetzt anfangen, dass ich Bereiche verschiebe. Das heißt, wenn ich das jetzt so nach außen schieben möchte, dann kann ich das eben hier einfach nach außen schieben. Falls das jetzt so stark ist, kann ich das Tempo und die Deckkraft auch noch zurücknehmen. Und da jetzt diese Bereiche quasi leichter verschieben. Hier vielleicht die Kappe. Na, drücken wir sie ein wenig nach unten. Auch hier im hinteren Bereich lege ich diese Kappe ein bisschen mehr an. Und schiebe sie da so nach unten. Und was da jetzt eigentlich passiert, sieht man ganz gut, wenn ich das Gitter wieder einstelle. Und jetzt nehme ich da die Deckkraft einfach einmal nach oben. Nehme ich das, nach oben fahre. Da sieht man nämlich, dass diese Formen, wenn ich da jetzt mit dem verflüssigen Werkzeug mich bewege, so entsprechend verändert bzw. bearbeitet werden. Jetzt gibt es noch verschiedene andere Werkzeuge, wie hier dieses Liquify rekonstruieren. Und da kann ich jetzt Bereiche, die ich jetzt nicht schön gemacht habe, wieder zurückschieben. Das heißt, dieses Gitter wird wieder auf die Originalposition zurückgeschoben. Ich blende das Gitter mal aus und fahre hier über diese Kappe drüber. Und dann sieht man, wie diese Pixel wieder an die Originalposition zurückgeschoben werden. Apropos herumschieben. Es gibt auch dieses Liquify nach links schieben Werkzeug. Und das ist sehr, sehr angenehm. Denn damit, wenn ich so fahre, kann ich wie bei einem Schneepflug diese Pixel dorthin schieben, wo ich sie haben will. Also nach links. Das heißt, wenn ich das jetzt nach außen drücken will, muss ich da jetzt mit Gefühl so nach rechts oder bzw. hier nach oben fahren. Dann schiebe ich diese Pixel jetzt nach rechts, nach oben. Oder wenn ich sie da jetzt quasi eher anlegen will, kann ich so rüberfahren. Auch hier wiederum, vielleicht möchte ich die Schulter ein wenig quasi geringer oder kleiner gestalten. Dann schiebe ich sie so nach links. Und auch da wiederum, Command Z. Ich kann es jederzeit wieder rückgängig machen. Und hier dieses Tempo ein bisschen rausnehmen. Die Deckkraft nehme ich auch noch ein bisschen weiter nach unten. Und dann sieht man, dass ich hier wesentlich gezielter arbeiten kann. Und hier diese Bereiche auch entsprechend korrigieren kann. Das heißt, hier in diesem Fall Pinsel ein bisschen kleiner machen. Und da schiebe ich sie jetzt ein bisschen nach außen. Das heißt, da kann ich jetzt öfter drüber fahren. Weil ich jetzt so wenig Geschwindigkeit habe, sozusagen. So wenig Tempo hier eingestellt, verschiebe ich jetzt dieses Gitter nur ganz, ganz leicht. Und da sieht man eben, wie dieses Gitter dann verschoben wird. Wenn ich damit fertig bin, kann ich natürlich auch jederzeit wieder rausgehen, indem ich oben links auf Anwenden klicke. Und jetzt sieht man, dass ich da auf dieser Ebene die Einstellungen vorgenommen habe. Ich nenne das jetzt Verflüssigen oder eben Liquify und habe da jetzt diese Einstellungen vorgenommen. Ja, und jetzt möchte ich noch einen Look drüber legen. Und dafür nehme ich in diesem Fall jetzt eine Verlaufsumsetzung und lösche einmal diesen Punkt hier raus. Nochmal rückgängig. Ich habe jetzt versehentlich den Punkt mit der Löschen-Taste gelöscht und deshalb die gesamte Anpassung. Ich möchte natürlich nur diesen Punkt löschen und möchte da jetzt die Farbe für den tiefen, also für die dunklen Bereiche, auf ein Blau setzen. Und die Farben für die hellen Bereiche hier auf so ein helles Gelb. Und jetzt sieht man, wie das natürlich so umgefärbt wird. Das möchte ich aber jetzt quasi nicht direkt umfärben. Die Verlaufsumsetzung macht nämlich das, dass dunkle Farben eben die Farbe bekommen, weiße Farben die Farben und alle Farben in der Helligkeit dazwischen einfach die Farbe, die hier im Verlauf ist. Und wenn ich da jetzt auf den Blendmodus von normal auf weiches Licht stelle, dann sieht man, dass ich jetzt einen Farblook bekomme. Und jetzt möchte ich da vielleicht ein bisschen mehr Richtung grün gehen. Das heißt, ich ziehe das einmal so rüber und auch noch ein wenig dunkler. So in der Richtung. Das passt. Hier passt mir das eigentlich ganz gut, aber vielleicht ein bisschen wärmer darüber. Und habe jetzt diesen Farblook so erstellt. Falls mir die dunklen Bereiche zu dunkel werden, kann ich da mit einem Doppelklick eine neue Farbe reinsetzen und das ein wenig weiter aufhellen. Sagen wir mal so bis daher. Und dafür kann ich hier diesen Bereich einmal reingeklickt auch noch weiter abdunkeln. So in diesem Bereich kann hier diese Verlaufsumsetzung ausschalten. Und habe da jetzt auch meinen Farblook über das Ganze drüber gelegt. Jetzt noch einmal abspeichern und zwar als Affinity Photo Datei, damit ich damit dann auch noch weiter arbeiten kann. Und damit bin ich auch schon fertig. Also, man sieht, Affinity Photo bietet für die Retusche eine Menge Möglichkeiten. Einerseits den Stempel für die 1 zu 1 Retusche, aber wesentlich angenehmer ist dieses Pflaster, diese Reparatur, wo ich dann nicht nur den Bereich 1 zu 1 stemple, sondern Affinity Photo auch schaut, dass jetzt diese Helligkeit-Informationen und Struktur-Informationen überblendet werden. Und dadurch kann man Retusche-Aufgaben wesentlich genauer und wesentlich exakter vornehmen. Und zu guter Letzt ein bisschen verflüssigen in der Liquify-Persona. Das bietet Affinity natürlich auch an. Und damit hat man eigentlich schon alles, was man für die Retusche braucht. Ja, und jetzt liegt es quasi nur mehr daran, dass man das Wissen selbst anwendet, ausprobiert und dann Stück für Stück besser wird. K arrived! K K K Untertitelung des ZDF, 2020